Statt eines großen Schnittes über die Bauchdecke operieren wir heute mit einem modernen Kameraverfahren. Dazu bringen wir eine Kamera in den Bauch ein, können damit die inneren Organe uns sehr gut darstellen, können dazu spezielle Instrumente einfügen, mit denen wir sehr fein und auch sehr genau unsere Patienten operieren können. Wie ist die Technik der Schlüsselloch-Operationen? Moderne Technik ist ein wesentlicher Bestandteil der Schlüsselloch-Operationen. Wir verwenden ein 3D-Kameraverfahren. Dies bietet vier bedeutende Vorteile für uns Operateure. Das Operationsgebiet ist deutlich vergrößert. Die Detailschärfe ist viel besser, viel besser als beim offenen Operieren. Jedes Gebiet im Bauch kann ich mir sehr gut darstellen und auch dort operieren. Und weiterhin ist die Operation weniger strapaziös, insbesondere im 3D-Verfahren, für unser ganzes Team. Wie ist die Technik der Schlüsselloch-Operationen? Das Schlüsselloch-Operationsverfahren bietet viele Vorteile für unsere Patienten. Das Wundinfektionsrisiko ist deutlich geringer. Es gibt kleinere Narben. Die Aufenthaltsdauer im Krankenhaus ist verringert. Die Erholungszeit nach den Operationen ist deutlich schneller. Und der Schmerzmittelverbrauch ist ebenfalls geringer. Wie ist die Schlüsselloch-Operationen? Das Schmerzmittelverbrauch ist die Schlüsselloch-Operationen. Schmerzünder Die Flute.